Mein Name ist Dr. Samantha Cross. Für das, was ich jetzt sagen werde, wird man mich töten. Aber wenn ich es nicht tue, werden Millionen Menschen den Preis für mein Schweigen bezahlen. Vor sechs Monaten wurde ich von diesem Mann, David Archer, für ein geheimes Forschungsprogramm mit Namen Nightfall rekrutiert. Für die ganze Geschichte ist keine Zeit. Sie müssen nur wissen, dass der Ausbruch der Kryptide in Colorado erst die Spitze des Eisbergs war. Während das Militär gegen den Ausbruch kämpfte, schmuggelte Archer Kryptiden-Exemplare aus dem Quarantänegebiet. Das Nightfall-Programm wurde heimlich fortgesetzt. Sie kommen mich holen. Finden Sie, Archer. Zerstören Sie Nightfall. Fack es sich ab!